Heyy! 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 Heyy girl! Okay. Also ich kill jetzt paar Wölfe. Können wir den... Wenn du diesen Move machst, machst du jemanden die schreibst ihn. Jaja, das hab ich dir... Ja, ich weiß. Nee, 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 das war in der ganz ersten... Folge. In der ganz ersten Let's Play. Wir haben ja das Spiel dreimal aufgenommen. Unser Testversuch Spiel. Die... Hier läuft! Oh! Do! Mit seinem megastylischen Code. No! Aber ich glaub, wenn du rausst, schneller, oder? Ah ja, stimmt. Ich vergiss, was ich überhaupt so kann. Yeah! Ja! 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 Ich f*** eure Mütter... Das wird zwar eklig sein. Aha. Aber egal. Aber ansehnlich. Wow, Granny! Chill. Boachst du wieder deine Medikamente? Das sage ich auch. Ah. das war es gar nicht so wow wow ok ok geil ich drück alles jetzt muss ich es achso das links button ist ok ok ja da kann man sterben nicht dein ernst oder na na und an es soll jetzt Pörf hat ihn hier wurde die Gräni Kurs dieses Palast zum Euro und warum will ich will auch meine granny schocken klang ist falsch das ist auch falsch zu machen kann man überhaupt irgendwas falsch man kann es richtig machen ich kann es richtig geil machen ich hätte eine rolle machen soll ich vergiss immer dass ich eine rolle habe eine rolle mit b als ein ein neuerliger Bandit in dem neuen Michael Jackson film wir können auch nur gut erzählen was wir nicht mehr haben was wir bis zu konzentrieren das was ein schlafen nichts sagen vor uns nicht schaffst er genau erhält es bringt uns weiter ja das ist das Leben im Play gameplay willkommen zu unserem gameplay im Ding im Königsbauer guckst du was in Kulsch wenig Geld wenn ein kleiner Tipp für die Stuttgart umgebung Prozent Prozent die sechsten reichen denn das reichen jetzt wird sich die ganze Geschichte von einkaufen Geld ich wollte in der Stadt und und kann man nur einkaufen Koffe trinkt sowieso abhängen mit meinem Brot zu sein das Quart das war die Oma hat ihn vor allem auf die Schädel gehört auf die Schädel Decke Prozent ja 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 also die kleinen wenn ich in der Stadt sind überlegen was ich brauche und was soll ich sonst sie müssen immer so ein Abfahrt wenn du es brauchst ist in die Stadt wo 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 auf der Ahrung Prozent weg weg Oh, das war natürlich sneaky. Oh mein Gott, das Spiel ist gar nicht so schwer. So, willst du vielleicht mit der zweiten Hand noch spielen? Du spielst ganz mit einer Hand noch. Ja, weil ich so gut bin. Mit der anderen fass ich mich da unten an. Wegen der Granny, oder? Wenn du mir nur von der AC ist, werde ich schon ganz kirre. Das ist kein Wort. Das ist mein Wort. Keiner darf es haben. Die Attacke ist eigentlich voll mächtig. Oh fuck. Ui. Fuck. Ui. Dass sowas mächtig ist. Wow, das war mega knapp. Fuck, der killt mich einfach. Ich glaube wir werden jetzt nur drei Episoden von dem haben. Ich glaube auch. Die Folge ist fast vorbei und der Typ ist noch am Leben. Ja, der Typ ist lebendiger als je zu vor. Fuck off. Einfach nur fuck off. Okay, ich glaube wenn du es jetzt nicht schaffst, dann killen wir den einfach. Und dann geht es weiter mit zu gehen. Ja. Fuck you. Ich schaff das. Gib mir nur paar Sekunden. Eins. Zwei. 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 Schoss chamferen escalere Mon analyse. Ja. 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 Das ist aber auch fast wichtig. Höchst secular. In 12 zwischen sich wie halt wie weit ist es gemacht. So Rüssen muss die ihr die Bibel g Torres. Da uste und was geht es doch nicht so viel Aufwand geben oder ist er ihr Doppel. Leben habe. Ja, das fühlt sich doch auf. Ich versuche diesen Move die ganze Zeit zu machen. Das geht gar nicht. Oh. Das ist das Leben von Granny, gell? Ich gucke sie auch noch am Leben, halt. Das ist natürlich auch. Ja, ist egal. Die ist eher alt. Die stirbt bald. Ist das wie, äh... Hm? Der vernackte Kanone. Ja, das ist... Liam Neeson? Ja, genau. Nein, der heißt anders, oder? Oder ist es Liam Neeson? Ja, nein. Liam Neeson ist doch der von Taken. Ja, ja. Ich werde dich finden. Und ich werde dich lieben. Ich werde dich lieben. Ich werde dich lieben. Ich werde dich lieben mit meinen Augen. Ich werde dich in deinem Nacken breathieren. Ich werde dich lieben. Ich werde dich lieben. Ich werde dich ein bisschen besondere Zeit. Ja. Geh weg, weg, weg. Dein Leben ist im Verseidenden von. an Euro 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 Hintzen noch Hörer was sie nicht mehr wenn es so komische Geräusche Was ist los? Was war? Die haben mich ja festgehalten. Keine kurze Zeit. Kurz nicht, das reicht schon zu lange. Das reicht, um mich zu killen. Ich glaube wir machen einen Cut hier. Wir machen Cutscenes. Ich cut mich selber. Ja okay, dann whatever. Fick dich, Rudolf. Ich weiß nicht, ich hab so viel... So viel Wut in mir, dass ich nicht mehr weiß wohin damit. Deswegen hab ich dich beleidigt. Tut mir leid. Ja dann, bis später dann. Ich renne mal weg von den Wölfen. Ja, dann killst du die irgendwie, oder? Schaffst du das? Die sind fast nicht fertig. Nice à rien. Du ok ... Du kommst schon mal gerade ... 简直 sie raus. Aber ... Ich glaube, er ist nicht tot. Ich glaube, das ist Fake, weil er nichts gesagt hat. Mach nur so. Ja, er kann auch ein Roboter sein. Aber die Granny ist auf dem Boden. Ich denke, die ist draufgegangen. Granny, ich habe es geschafft. Wir haben es geschafft. Es ist vorbei. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Wir werden alles gut sein. Sie ist tot. Jetzt siehst du das. Ja, super. Ich habe ihn gekillt. Und dann... Fuck off. Gib mir Geld, Granny. Die unterhalten sich telepathisch. Das ist unsere Familie. Die Leute von Ulrika brauchen dich, um Dinge zu machen. Ulrika? Und den Sinn des Lebens zu verstehen, musst du. Musst du. So, ich habe diesen Maufu gekillt. Jetzt stirbt die Oma. Sagt uns, was unser nächstes Ziel ist. Und dann geht es weiter. Was ist eigentlich der Opa? Der Opa ist schon vor Jahren abgehauen. Dass er noch die Mutter vom Rotkäppchen hatte. Opa hieß Jamal. Opa war... Opa war... Opa war... ...einer von diesen... ...hippen Leuten, die... ...Hit and Wrong gemacht haben. So, wir wissen... ...wiss our heads. Oh. Slam that puss. Was? I unleashed a beast. Was hast du gemacht? Oh, how I curse my own spell. Forgive me, child. I meant well. Granny. You're raving. I don't... Oh. I didn't even know. Woaaah. Was geht ab? Oh... What? Oh. To be continued. Oh damn! We beat the game, dude. We just beat the game. We beat the game. Ah, interessant. Heißt, es geht noch weiter, oder? Yeah, man? Was heißt to be continued? Heißt es geht noch weiter? Heißt es das noch nicht das Ende ist? Heißt es das ist zu Ende? Ist es das Ende oder? Oder geht es da noch weiter? Ja keine Ahnung, also ich denke wir haben es jetzt durchgezockt. Aber guck mal Chapters Steht hier noch was? Da geht es halt irgendwie noch weiter, aber Das kam jetzt unerwartet Wir dachten das wäre ein bisschen länger Spiel Aber was will ich machen? Ein süchtes Leben So tschau